Die Jugend, der allermächsten Leid der Trauern um der verflossene Jugend zählt und kann gar nicht genug bedauern, dass die so sehr schnell vergeht. Ich weiß nicht, was die haben nur alle und kann verstehen den Schmerz bloß halb, denn jeder war in jedem Falle als junger Mensch ein rechtes Galb. Man nahm den Frieling und die Sonne als Ämt ganz selbstverständlich hin und latschte diesder durch die Wonne, weil Liebeskummer stark im Sinn. Viel später erst kommt man dahinter und guckt bewusst den Frieling an. Man mahnt zum Lenzgenuss die Kinder, die finden aber auch nicht dran. Man mahnt zum Lenz Untertitelung des ZDF, 2020